Musik Wir sind in Japan gelandet. Das ist unsere vorletzte Station auf unserer größeren Reise, die wir gerade machen. Ich habe bis jetzt noch nicht so viele Videos geschafft, wie ich es mir eigentlich vorgenommen hatte, aber da kommt noch einiges nach und vor allem habe ich meinem Bruder versprochen, dass ich den anderen Vlog aus Japan bringe und das relativ zeitnah, weil er ein enormer Japan-Fan ist und das Ganze ein bisschen live mitnehmen möchte. Wir sind jetzt hier an der Car-Rental-Station und versuchen jetzt unser Auto hier zu bekommen. Wichtig übrigens, falls ihr jemals nach Japan fahrt und das mit einem Mietauto bereisen wollt, dann reicht nicht einfach nur ein internationaler Führerschein als deutscher, sondern man braucht auch noch eine japanische Übersetzung dafür. Also alles ein bisschen kompliziert, wenn man das so machen möchte. Und wie der Verkehr wird, das schauen wir uns dann gleich mal an. Erster Morgen in Japan, Land der aufgehenden Sonne, was wahrscheinlich bedeutet, dass die Sonne hier besonders früh aufgeht. Also 5.11 Uhr war theoretisch Sonnenaufgang. Wir waren bestimmt eine halbe Stunde vorher da und es gab an den besten Spot, den man hier zum Fotografieren eigentlich haben möchte. Keinen Platz mehr, war schon alles vor der Stative. Das hat mich dann dazu gezwungen, dass ich ein bisschen eher vom Stativ runtergehen musste, ISO ein bisschen höher auf 400 und dann einfach aus der Hand fotografiert habe. Und da war ich sehr froh, dass der Bildstabilisator dann die Con ziemlich gut funktioniert. Also bis einer 20. Sekunde ist das eigentlich relativ problemlos möglich, scharfe Bilder freihand fotografieren zu können. Aber der Berg ist auf jeden Fall mächtig. Gerade hier mit diesen Kirschblüten noch im Vordergrund. Also da kann man eigentlich fotografisch nicht wirklich was falsch machen. Man muss einfach nur auf gutes Licht hoffen. Wir sind gerade am Kawaguchiko-See und auch hier gibt es wieder mal die Möglichkeit, den Fuji in Szene zu setzen und zwar mit extrem vielen Blumen im Vordergrund. Ich habe das vor und zwei Varianten zu fotografieren. Einmal mit Vordergrundunschärfe und einmal mache ich ein Fokus-Stacking. Also ich versetze den Fokus immer weiter nach hinten und setze die Bilder am Ende zusammen. Das kann ich allerdings nicht von unterwegs machen und euch jetzt auch nicht zeigen, wie das am Ende aussieht hier in dem Vlog. Aber ich bin mir sicher, irgendwann gibt es die Bilder auf meiner Website zu sehen oder in einem anderen Video. Es gibt sicherlich schlechtere Orte zum Angeln, wobei er bis jetzt noch nichts gefangen hat. Aber er eignet sich auch ziemlich gut als Vordergrund-Element. Und was man hier alles erlebt, da hinten ist noch gerade ein Antrag, der zum zweiten, dritten oder vierten Mal wiederholt wird, damit alle Fotos machen können. Was haben wir für ein Glück hier, irgendwie so ein gutes Wetter erwischt zu haben bei uns am einzigen Tag an dem See. Und dass Mount Fuji immer zu sehen ist. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich glaube, den heutigen Tag beende ich mit über 1000 Fotos nur alleine von Mount Fuji. Aber der Berg ist auch beeindruckend, das muss man einfach mal sagen. Was uns auf unserer Japan-Reise wahrscheinlich begleiten wird, ist frühes Aufstehen. Denn mittlerweile füllt es sich doch ganz schön. Und es ist natürlich immer wesentlich angenehmer, wenn nicht so viele Menschen unterwegs sind, wenn man fotografieren möchte. Sieht so cool aus, gerade mit dieser Haube, die der Berg aufgesetzt bekommen hat. Und den Wolken ringsherum, vor allem der Wolke links oben. Hier gibt es überall Seen ringsherum um den Mount Fuji und man hat immer wieder einen schönen Blick drauf, wenn er denn zu sehen ist. Hier gibt es ganz schön viele Boote, die hier rumstehen und sich ganz gut anbieten als Vordergrundelement. Wir sind jetzt auf dem Weg in eine Art Freilichtmuseum. Es ist ein traditionelles japanisches Village, was aber nachgebaut wurde. Und was hier als gängige Touristenattraktion bekannt ist. Ich bin richtig froh, dass wir hier noch den Zeitpunkt erwischt haben, dass wir ein bisschen die Kirschblüte haben. So lohnt sich das auf jeden Fall, diesen Stress hier mitzumachen mit diesen vielen Tausend Touristen. Ich glaube, jede andere Jahreszeit in Japan wäre entspannter, aber dafür ist es halt jetzt auch besonders schön. Man kann den Berg echt den ganzen Tag beobachten. Alle paar Sekunden gefühlt hat man hier irgendeine andere interessante Wolkenformation. So einen richtig perfekten Sonnenuntergangsspot gibt es hier in der Region nicht. Also habe ich mir gedacht, jeder See ist eigentlich gut genug. Und jetzt sind wir hier an einem, ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen wird. Und ich traue es mich auch gar nicht, nicht, dass hier irgendjemand, der Japanisch besser beherrscht als ich, das hört. Also lasse ich es lieber gleich sein. Aber hier ziehen auf jeden Fall die Wolken richtig schön gerade im ordentlichen Tempo vorbei. Und darum dachte ich mir, das ist doch der perfekte Moment für eine Langzeitbelichtung. Und ich hoffe ein kleines bisschen darauf, dass am Ende die Wolken dort hinten auch natürlich schön angeleuchtet werden beim Sonnenuntergang. So ein bisschen sich rötlich verfärben. Es ist langsam kalt geworden. Wir haben jetzt nochmal den Standort gewechselt, weil so viele Wolken an dem See vor dem Berg gezogen sind, dass man den kaum noch zum Gesicht bekommen hat. Hier drüben sind kaum Wolken. Jetzt hatte ich mich natürlich ein bisschen geärgert, als wir noch an dem anderen Spot waren. Ich habe mir gedacht, okay, wir haben uns doch den falschen See ausgesucht. Meine Frau hat gesagt, mach das Beste draus. Ich denke, das mit der Langzeitbelichtung war auf jeden Fall eine der besseren Ideen dort. Und das ist in dem Sinne ein ganz nettes Foto geworden. Und es war gut, dass wir an diesem Spot waren. Aber hier drüben hätten wir wahrscheinlich von der Sonnenuntergangsstimmung ein bisschen mehr mitgekriegt. Vor allem kann man hier an dem See auch ein kleines bisschen eine Spiegelung ausmachen. Wer weiß, wie es hier war zum Sonnenuntergang. Vielleicht war es gar nicht so cool. Das kann ich mir jetzt einreden. Und wir werden sehen, wie es weitergeht morgen früh. Nochmal Sonnenaufgang, ja oder nein? Man kann scheinbar nicht immer Glück haben. Wir sind jetzt hier zum Sonnenaufgang aufgestanden um vier. Und Mount Fuji war komplett in Wolken verhüllt. Ich bin ein bisschen in die andere Richtung hier fotografiert an dem Lake Kawa Uchiku. Und jetzt hoffen wir mal, dass halt aber gleich zu sehen sein wird. Es zieht ein bisschen auf. Das zeigt mir auch nochmal, wie dankbar ich sein kann, dass wir gestern so viel Glück hatten und den eigentlich fast den ganzen Tag gesehen haben. Aus jeglichen Perspektiven. Wir nutzen jetzt gerade noch ein kleines bisschen die Zeit, bis wir auschecken müssen um zehn. Jetzt haben wir es kurz nach sieben. Und wir sind hier in folgendem Park. Und fotografieren ein bisschen die Kirschblüte und Mount Fuji mit Wolken um den Gipfel drumherum. Und ja, es ist sehr schön hier. Überall steht, Achtung, Affen. Und bitte nicht die Affen füttern. Bis jetzt haben wir noch keinen einzigen Affen gesehen. Sehr schade. Wir dachten, wenn wir sowieso nochmal hier in den Parks gehen, gehen wir nochmal auf das Observation Deck vom gestrigen Sonnenaufgang. Und was soll ich sagen? Es ist nicht viel mehr los als gestern zum Sonnenaufgang. So, wir machen uns jetzt gleich auf den Weg nach Kyoto. Wir wollten hier nochmal einen letzten Blick auf den Mount Fuji erhaschen. Aber hier in diesem größten See hier um den Mount Fuji ringsherum haben wir leider kein Glück gehabt. Es ist komplett in Wolken vergehüllt. Wir waren gestern hier auch nochmal kurz. Und da war das auch schon so. Also die anderen Seen, da war es irgendwie unser Glück etwas größer als hier. Auf jeden Fall will ich mich jetzt hier verabschieden von diesem ersten Vlog aus Japan. Gefühlt tausend Perspektiven auf Mount Fuji. Und ja, ich bin gespannt, was uns auf Kyoto erwartet. Oh, ich muss los. Und ja, ich muss los. Ich muss los. Überschuss. Untertitelung des ZDF, 2020